In Berlin ist was los. Es ist sogar viel los. Vorsicht! Wohin kommt man denn, wenn man in der Liebe Vorsicht warten lässt? Ruth, das ist die eine für mich. Wenn Hans Pfeiffer aus Marienwerder seine Ruth findet, dann ist alles möglich. Für jeden und für jeden. Untertitelung des ZDF, 2020